Fettige Fans. Die Fans müssen wir durchsetzen gegen andere 100 Mütter Fans. Ganz ehrlich, es waren 120 Fans, die noch abhören sollen, wenn wir spielen. Wenn wir uns bezahlen, wir haben uns 20 Minuten Aushaltfahrer. Wir haben auch vier Fans in Aushaltfahrer. Und die Band, die Fettige, die Krasse, die Garschicht, ist ein 40er Tag auf der Nokia-Bühne. Die Band heißt Christmas. Ganz ehrlich, wir sind Fettige Fans. Heute sind die Fettige Fans. Schöne es mit dem Auto-Ball ist Pum-Pum. So, ihr seid bereit für Christmas? Ja! Dann haben wir die Aufmerksamkeit für euch. Das ist das Freestyle-Ball. Feiert Christmas! Welcome to the Freestyle! Welcome to the Freestyle! Welcome to the Freestyle-Ball! haben wir den Vagabゴatsch- sobrevозмel! Wir koenute Orte! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020